Der Himmel weint, denn in diesem Jahr muss Sport und Spiel am Wasserturm leider ausfallen. Aber wir haben eine tolle Alternative für euch, den ersten virtuellen Sportkreislauf. Dafür braucht ihr einfach nur eure Laufschuhe und eine solche Startnummer. Besucht uns auf unserer Homepage www.sportkreis-ma.de Ladet eure Startnummer herunter, tragt Namen und Verein ein und los geht's! Laufen könnt ihr überall. Wählt eure eigene, individuelle Strecke aus. Vergesst nicht, ein Foto von euch mit eurer Startnummer machen zu lassen. Und alle machen mit! Schickt uns nach eurem Lauf eure Fotos zu, wie ihr noch könnt. Ihr könnt es über die Website tun oder auch mit Handy, wie auch immer. Viel Spaß! Übrigens, für die Schnellen unter euch gibt es tolle Gewinne. Für die ersten Fotos, die uns nämlich erreichen, gibt es interessante Sonderpreise. Ganz herzlich möchten wir uns auch bei unseren Sponsoren, der MVV Energie AG und der VR-Bank Rhein-Neckar bedanken, die uns bei diesem Event unterstützen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Unter allen Läufern verlosen wir sportliche Preise. Lasst euch überraschen! Auch euer Verein profitiert von eurer Teilnahme. Die Vereine, die die meisten Läufer zum Mitmachen bewegen konnten, erhalten einen kleinen Geldpreis. Außerdem stellen wir deren Sportangebot auf unserer Webseite vor. Egal wie's Wetter wird, viel Spaß beim Laufen! Wir warten auf eure Bilder! Also, worauf wartet ihr noch? Das ist ein